ja okay ich nehme jetzt einfach mal auf wir sind jetzt Runde 27 im online schon 8 mal down gegangen der beste hier hat 1400 kills fast ich habe 419 Uhr ich bin aber auch ein Anfänger hier im Zombie Mode und es kommt gerade fast ein Zombie Videos weil ich da viel mehr Bock drauf hab und wieder dabei ist er Blacky jahaa und ich habe jetzt schon 4 Perks wie ihr seht und ich habe mir mal die Ex-Actioner geholt und die gepuncht und wir spielen jetzt schon seit 102 fast 3 Stunden und es geht einfach nur ab hier mit der Ex-Actioner ich klinifiziere das ist viel geiler ja ok die alle nicht hochkommen das ist so geil und ich habe jetzt schon mein Wettres-V hier in meiner AN ich leg mich mal kurz hin weil ich kurz Whatsapp schreien muss Moment und hier wir haben auch schon Trampoline also wir spielen hier Die Rise falls ihr die Map nicht kennt und das Witze ist die die gepunchte Ex-Actioner gibt immer noch 1 oder 2 Hits so ich müsste es sein so wenn ich da so schnell nachladen das geht eigentlich dann auch gut äh na ok jetzt so jetzt bräuchte ich mal wieder Max Amor was der Rest zwei Wochen der DRN so gut und zu ja ok so ist es sich normalerweise genug das ist welche Fall der Kronatenrein Alter 1 hat über 600 irgendwas Schuss ich will da keine Muni mehr haben und wir werden das glaube ich ich glaube es wird damit aufhören dass wir abbrechen weil ich kann mir nicht vorstellen dass wir das nicht mehr schaffen werden oh komm und stauben die Zombies nicht mehr ne hab keine Munizung mehr sorry wenn ich hier so hart auf ein G-Bot hau auf ein G-Bot auf ein G-Bot hab ich hier die ganze Zeit die Tussi redet ja wer ist die Tussi? der loved also der eine ist Russe und der andere ist noch Deutsche das hier kann also eine ewige Runde werden also ich weiß nicht wann das irgendwann mal jemals hochkommt also ich habe jetzt nicht alles aufgenommen aber es kann noch länger dauern aber ich werde jetzt einfach mal in eine Art live kommt halt mal nicht ups ich hab die Crudder geholt egal kommen eh noch genug oder? woher laufen die denn? ich stand Affe nur noch die Clark Lied und jetzt habe ich keine Muni mehr ich hab noch 400 Schuss mehr Clark Lied und aber ich steck mich zu ziehen aber YOLO würde ich dazu sagen YOLO Alter du musst drauf gehen wenn du die ganze Zeit nusserst mach dir nur Barrieren zu Barrieren zu, ja das ist aber dann kommt halt Leute raus ich kann eigentlich hier nicht weg das ist ja langweilig deswegen weil ich jetzt ein bisschen rennen und messen ich hab keine Arten auf meine Zipp glaube ich oh hilf mir hilf mir ja der hat schon abgebaut glaube ich doch nicht Alter wir haben hier alles wir haben alles schon fertig gebaut alle E-Styles und so weiter nö ich glaube wir sind sind wir in relativer Maßlos ich kann gerade gar nichts machen ich guck letztesmal alles einfach nur zu Alter ich bin der einzige der gerade schießt als Typifizierer und wir haben noch hier den schönen Mond wunderschöne Aussicht ich hab gar keine Chance wenn ich es kriege und wunderschöne wieso aber eigentlich die Sonne da ist und gleichzeitig noch der Mond verstehe ich nicht aber egal man sieht hier schön die Meteoriten und ein paar Zombies aber das ist nicht so schlimm hier mit meinem Wettress V das brenne ich jetzt auf dem Mond und nicht so jetzt zeige ich nicht mal was ich kann ich kann hier oh ich hab wieder Holz scheiße so dann baue ich das mal nochmal schneller hin dann kruppen wir nochmal ein bisschen schön den Himmel an ne wir kruppen da jetzt einfach zu mit dem Trawler holen 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 so jetzt ich was gehen wir an 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 oder was holen ich mach hauptsache mal alles zu wo du kannst du mal in die Kiste gehen wurscht denn ich will ein doch Kiste oh da ist noch ein ganz normaler schreck mich nicht so du Spasti ich bin wie viel Knives braucht er 27 ja komm mal der 27 Knives das gebe ich mir jetzt Epic Knife Fight ich gehe davor aber eh drauf so ich schaff das ich neifte ich mach grad neifte mit nem Zombie komm her alter ich schaff dich irgendwann nein nein ne wie so ein kleines Chint hier ja alter hier komm mal Speedcrawler geiler Scheiß zurück hab ich das was da hinter mir im Aufzug ist alter das ist schon abnormal siehst du unten meine Punkte ich neifte die ganze Zeit also jetzt hab ich dich gleich jetzt irgendwann alle irgendwann hey ich hab doch schon lange mehr ich hab schon lange mehr als sieben und ah da du 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 uuuu was ist schon das da rennt einer hinter mir Scheiße da rennt einer äh wo geht's nochmal hin ich hab's vergessen da den Drachen hoch äh ich bin aber unten 3 4 MP5 stimmt ja es sind noch das sind noch 3 4 das sind noch 3 4 wieso oh man ich hab keinen Bock mehr auf so einen ewig lang noch umbringen also hinter mir rennt einer hol mal den hol mal den hol mal den rennenden na gut alle mit schutzwäsche entschuldige schon schreibt mal schnell dass ich mir noch schnell AN hole so wie ihr seht ich kenn mich hier schon gut aus ich hab auch gefühlte 10 Stunden die letzten 2 Wochen also ne die letzten 2 Tage seien wir so hier gespielt ups ähm wie heißt nochmal hier die Ries also ich kenn mich hier schon ganz aus hier AN jetzt mal vergesse ich es nicht jetzt mal vergesse ich es nicht Bist du da? ja ich man hört den Schrein oh 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 hast du das? sicher? ja ausnahmsweise komm du läufst diesmal vor ich hab keine Ahnung mehr da runter was ist da unten da kann man auch runter mach mal oh naja jetzt geht das wieder schneller hier ach ne du hast hier den Pussy wie ich dir den das ist meine du hast voll Mainstream nein halt den gehen alle den Weg ja sind halt nicht so swag wie du ja joh die lief uns kann man nicht nochmal Teddy machen Box wo ist die Box ähm ach hier ist Dings was kam geht der hoch? ne der geht runter dann da glaub wo sie ganz am Anfang war beim runterrutschen ach so oder da hallo du hängst dann sei dann das Millimeter stand oder? ich hab noch mein V ich bin doof ach scheiße egal warte da kommt vielleicht der nächste runter so naja jetzt bin ich schon angepisst warte 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 komm nochmal da her wo du her warte 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 warte